Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session in Hollow Knight und wie in der letzten Folge versprochen geht's jetzt zurück ins tiefen Nest um da mal gucken um da mal zu gucken ob ich da die Story so ein bisschen vorantreiben kann aber ich glaube erst mal nicht da ich wie schon erwähnt ich in die Minen muss aber zumindest habe ich jetzt meinen Fortschritt ein bisschen gespeichert und haare dann jetzt mal der Dinge die da kommen zeige grüßt du bist sehr müde setz dich und ruhe dich aus da hört er doch wie schief dieses Stück gespielt wird wir sind Freunde willkommen setz dich und ruhe dich aus bitte setz dich und ruhe dich aus hier ist es warm und sicher setz dich und ruhe dich aus willkommen du brauchst Ruhe setz dich und ruhe dich aus ja schön ja wie könnten wir da nein sagen hoch ich kann es nichts machen ja jetzt sind wir wieder im tiefen Nest ich kann mich hier bau der bestie wo sind wir denn immer noch hier drin das kann gut sein dass ich hier die das hier auf jeden fall neues item kriege vielleicht sogar den doppelsprung da unten ist auf jeden fall was sehr wahrscheinlich eine journal des wanderers ein Siegel von Highlands Nest auf jeden fall ein sellable item das wird auch immer ein ebender immer mal wieder die ganze wende hier abklopfen ne war ich schon ok ach no thank you ich muss hier lang verdammt verdammt tja ich habe leider keine ahnung wie ich an dem vorbeikommen soll ne ich kann auch nicht über den drüber springen das ist zum kotzen das kann doch nicht sein dass ich hier ewig mich hier in gefahr begeben muss was ist hier los Moment tja ja wir haben ja Zeit wahrscheinlich ist das noch die einzig valide Strategie die wir fahren können bei den Dingern hier da merkt man einfach welche gegner ich mal öfters bekämpft habe und welche nicht das sieht so aus als ob ich hier den doppelsprung kriege und es hört sich so an als ob hier noch was anderes ist ok dann haben wir es nicht in diesen wenden wo lande ich denn wenn ok ooooh gut baaaam schön wunderbar ich dachte ich probiere mal die aufgeladene Attacke aber dieses Spiel sagt ja hmm 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 Mm współ Juhu! Und so weiter. Das ist voll die tolle Taktik. Ja, komm, mach mich noch fertig. Mach mich noch fertig hier. Ey, wie viel? Leute! Das ist nicht mehr lustig. Das ist echt nicht mehr lustig. Wer stellt einem dann solche Gegner hier in den Weg? Hey, guck mal, hier ist ein Gegner, den musst du besiegen. Da kommst du sonst nicht dran vorbei. Du musst gegen den kämpfen, du kannst nicht ausweichen. Wie du das machst, ist dir überlassen. Aber der tötet dich. Das ist ein bisschen lächerlich. So, jetzt sieht es so aus, als ob ich da gar nicht lang muss. Trotzdem, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Cool. So, und für was jetzt? Für nix eigentlich, ne? Grandios. Ja, lass mich wieder in irgendwelche Gegner reinrennen, so wie es üblich ist. So, ein neues ranziges Ei. Noch mehr Geo, Geo ist immer gut. So, ein neues ranziges Ei. Und wie gesagt, ich muss jetzt irgendwie bei jedem, puh, bei jeder Larve irgendwie damit rechnen, dass das doch ein Fake sein könnte, weil irgendwo hier in der Gegend war das so, dass es dann tatsächlich Gegner gibt, die sich als diese Larven tarnen. Ich wusste, dass hier noch so einer drin ist. Ja, wieder außerhalb des letzten Pixels hast du mich noch erwischt. Gratulation! Stirb einfach. Auf jeden Fall gibt's hier mega viele Schätze zu holen. Na, noch einer. Naja, aber so. Freuen wird man sich dann doch mal mit den Gegnern an hier. Jaaa. Komm. Komm. Hm. Okay. Dann mal hier jetzt eine tote Spinne oder sowas. Die dann ganz fürchterbar verehrt wird. Eine Bank. Oh. Ja, wir sind immer noch hier drin. So, kann ich denn jetzt irgendwas? So, anstatt mehr Dingens hätte ich jetzt gerne. Warte mal, den kann ich gar nicht auswählen, ne? So, erhöht die Widerstandsfähigkeit. Jetzt geht's euch an den Kragen. Ach, guck mal. Ich wollte noch ein paar Sachen hier holen. Ja, dann werde ich hier, glaube ich, noch ein bisschen weiter rummoren jetzt. So. Und wo kam ich denn jetzt? Auf jeden Fall irgendwo von hier oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwas war. Also, abseits von Gegnern. Was ist von diesem? Tschüss! Oh nein! Wie kommt das? Sachen haben wir mal? Asst einigen. Tiefs. Oderst du? Ich bin hier vorne. Ich bin hier. Ich bin hier vorne. Ich bin hier unten. Kör. Ja, ich bin hier. Da ist jemand. Eine schlafende Gestalt liegt auf dem Steinsockel. Genau, das habe ich befürchtet, da muss ich nämlich rein. Also in den Traum dieser Person. Da küht man aber nicht so einfach hin. Da brauche ich ein Item für, das ich noch nicht habe. Ist aber auch ganz gut, dass ich da noch nicht langen kann. Weil sonst passieren nämlich ganz viele andere schlimme Dinge. Zumindest haben wir jetzt einen Weg gefunden, hier einigermaßen schnell auch wieder hinzukommen. Nehme ich einfach nur hier rauf und so weiter. Gut, dann haben wir das doch gefunden hier. Dann gibt es hier nämlich tatsächlich nur einen der drei Träumer. Unten gab es doch auch noch was. Ist übrigens auch schön hier in dieser Suppe hier rum zu schwimmen. Das war's für mich. Schnellen wir uns zu hören. Das war's für mich. So, mittlerweile habe ich von euch eigentlich genug. Zwölf Schläge. So. Ja, toll. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Irgendwo nicht wieder an einer Bank. Sehr wahrscheinlich. Ach ja, hier, genau. Ja, genau. Genau das war der Plan. Oh Mann, hör auf, ewig da zu sein, wenn ich da runterfalle. Das grenzt doch schon an... an Mobbing. Oh, hallo, wer sind Sie? Oh, bitte, bitte, sei nicht so schüchtern. Hier gibt es einige Bösewichte, ja? Dazu gehöre ich nicht. Ich bin jedem ein Freund und helfe gerne Reisenden, die so tapfer sind wie du. Suchst du nach Informationen? Die kann ich dir geben. Ja, oh ja. Das Dorf da oben, es beheimatet eine traurige Kreatur. Ihre Geschichte ist eine von tragischem Handel. Er hat sie und ihr Volk viel gekostet. Doch ich denke nicht, dass sie das bereut. Hihi, ja, ich weiß, ich weiß. Du bist neugierig. Du möchtest die Geschichte hören. Nun, es tut mir leid. Ich würde sie liebend gerne erzählen. Aber es tut mir sehr, sehr leid. Und ich habe schon ewig nichts mehr gegessen. Und oh, ich verwungere. Hätte ich die jetzt irgendwie besiegen können? Bin ich jetzt feige, wie ich bin, davon gerannt? Hm. Habe ich mir jetzt hier eine Chance gespielt? Verdammt. Bei dem Part hatte ich hier in der Switch tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, weil ich diese Wand einfach nicht gesehen habe. Hm. Blöd. Sehr blöd. So. Ich möchte jetzt aber trotzdem auf den Weg zurück hier. Ich hoffe, dass ich jetzt zumindest irgendwie nochmal die Karte vervollständigen kann. Wolle ich jetzt glaube ich einen Umweg gehe. Dann gehe ich jetzt nämlich mal über die Hirschkäferstation zurück. Oh, jetzt fährt hier auch noch so ein Schrottmensch vorbei. Kennt ihr die? Mit diesen Gedudel auf ihren Autos. Super nervig. Jo. Boah, la va. Erstmal zurück nach Mistmund wieder. Um noch ein bisschen von unserem hart verdienten Geld auszugeben. So, Karte ist aktualisiert. So, was hatten wir hier dann unten? Da hatten wir dann tatsächlich erstmal alles. Beziehungsweise da unten ist halt noch das Stück, wo dann der Gegner war. Da kommen wir nur mit dem Doppelsprung hoch. Hier könnte ich noch weitermachen. Also, Mantisdorf und dann hier oben zurück. Also, Station der Königin. Ich könnte jetzt aber auch wieder in die Stadt zurück. Hier rauf auf den Turm. Ich glaube, da kriege ich auch ein schönes Item. Ich könnte mich auch hier in einem kleinen Minibus stellen. Ich könnte jetzt auch zu dem Grubfather zurück. Oder ich könnte versuchen, hier durch diese Höhle in die Minen zu kommen. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Minen, dann. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, dann haben wir hier den Schlüssel. Plus noch das Ei. Dann hat er nämlich nichts mehr. Ah, du möchtest noch etwas kaufen? Werden dir dein Geo zu schwer? Leider hast du wohl alles gekauft, von dem ich mich trennen kann. Nichts mehr übrig. Ich glaube, da könnten noch ein paar alte Schmuckstücke in meinem Lagerraum sein. Ich habe aber leider vor kurzem den Schlüssel verloren. Ja, genau, den finden wir ja auch noch. Ich fürchte, es gibt keine Geschäfte mehr zwischen uns. Zumindest fürs Erste. Geh nun und lass mich ein wenig Zeit mit dem Haufen Geo verbringen, den du hier gelassen hast. So ein kleiner Dagobet Duck. Geh wohl, dann. Marsch. So. Sie hat dann, glaube ich, auch nichts mehr. Barfanada. Genau. So, dann habe ich jetzt zwei Schlüssel, genau. Zwei einfache Schlüssel, mit denen ich theoretisch, ja komm, ich warte jetzt erstmal. Ich gehe jetzt mal hier runter, nochmal zum Grabfaser und dann in die andere Richtung. In Richtung Mine. Ich soll da zumindest noch so ein bisschen vorankommen. Oh, und da erinnere ich mich auch an einen ekeligen Boss. Jetzt bin ich auch so viel Blut und Wasser gelassen habe. Oh, 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 oh. Larvenlied, das Ding ist auch cool. Da bekommen wir Seele zurück, wenn wir Schaden nehmen. So, da versuche ich jetzt hier den einen Boss mal zu machen, den Zwischengegner. Gibt es nämlich glaube ich auch in Maskenteile oder sowas. Na, hier. All den Hindernisparcours kann ich ja jetzt auch machen. Da oben ist aber auch noch irgendwas. Oh nein, werden wir jeweils hier wieder rauskommen. Aber sehe ich ja das. Oh. Hallo? Hallo? Ich hätte jetzt schwören können, dass hier irgendwie so ein Schlagtid wieder runterkommt. So. Dann gucken wir mal. 380 Geo. Gilt es zu verlieren. Hier ist nicht sonderlich viel. Was schön ist, man sieht das immer hier. Seht ihr die vier Zacken da? Das signalisiert eine Bustür. Ja. 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 Das lihts halt. Eine Bustür- Cory, wird ja auch auf jedenlia יכול sein.